jo meine leute willkommen zu diesem neuen video der moto gp die saison 2022 der große preis von frankreich mit dem rennen los geht's heute um 14 uhr live auf the zone und bei servus tv von der pole startet pol espagaro das rennen gewinnt pol espagaro herzlichen glückwunsch dahinter sein bruder alex espagaro dann wird dritter und vierter alex und marx marquez dann wird fünfter india bastiani sechster wird francesco bagnaia und auf den beiden letzten plätzen landen siebter und achter fabio quadraro und roche martin so das war's mit dem rennen predictions der moto gp saison 2022 aus vom großen preis von frankreich so wenn auch der video gefallen hat lasst ein däumchen nach oben da vergisst kein abo dann nehme ich die glocke die nicht vergessen zockt sie wählen dann verpasst ihr keine benachrichtigung und bis deiner guten ways peace so 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 so